Hallo und herzlich willkommen hier im Garten am ehemaligen Staatsratsgebäude. Mein Name ist Ferdinand Nehm vom Team der Stadtwerkstatt und wir sind heute hier, weil an diesem Ort der Freiraum weiterentwickelt wird und zwar mit ihren Ideen und ihren Anregungen. Herr Kühne, was ist denn das Besondere an diesem Ort? Wir sind hier in einem als Gartendenkmal geschützten Grünraum einer wunderbaren Parkanlage und viele Berlinerinnen und Berliner werden diesen Ort wahrscheinlich gar nicht kennen. Sie kennen das Staatsratsgebäude, manche werden auch die prominente Institution, die hier Hausherrin ist, kennen, die ESMT, European School for Management and Technology. Das Land Berlin hat dieses Areal langfristig an diese Hochschule verpachtet und gemeinsam mit der Hochschule sind wir dabei herauszufinden, welche Neubau- und Entwicklungsperspektiven es hier gibt. Dazu läuft ein Bebauungsplanverfahren. Uns interessiert aber parallel auch, wie es mit dieser Grünanlage weitergehen kann. Sie kann ja im Alltag heute schon von Besuchern auch genutzt werden. Die ESMT ist eine gastfreundliche Hausherrin. Aber es gibt auch viele im Umfeld, die hier wohnen, die als Touristen unterwegs sind oder vielleicht auch nur neugierig sind, die diesen Bereich insbesondere am Spreeufer, am Kanalufer noch intensiver nutzen möchten. Und um dafür Lösungen zu finden, die allen Ansprüchen gerecht werden, haben wir drei Teams beauftragt. Die Ergebnisse stellen wir ja in diesem Rahmen vor. Und wir werden bald in einer Jury Entscheidungen treffen, welches Konzept am vielversprechendsten ist. Und in diese Juryentscheidungen sollen auch die Beiträge von Bürgerinnen und Bürgern einfließen, damit wir eben wissen, was hier tatsächlich gefragt ist. Um Ihre Ideen und Ihre Anregungen für die Juryentscheidungen mit einzuholen, führen wir drei Online-Umfragen durch auf der Plattform meinberlin.de. Sie können sie sich das auch nach Hause schicken lassen, postalisch. Herr Kühne, worum geht es denn in der ersten Umfrage? In der ersten Frage beschäftigen wir uns mit den Nachbarschaften. Also damit, welche Anforderungen die Nutzerinnen und Nutzer in diesem Bereich haben. Hier gleich hinter uns haben wir ja den Zaun und wir möchten ihn öffnen, damit in Zukunft die Nachbarschaft besseren Zugang zu diesem Gelände hat. Was genau meinen Sie denn mit Nachbarschaften? Wir sind hier in einem Bereich, den wir mittlere Spreeinsel nennen. Und wir haben hier sehr, sehr unterschiedliche Institutionen und Nutzer. Zum einen die Hochschule wie die ESMT und auch die Musikhochschule Ernst Eisler. Wir haben die Stadtbibliothek. Wir haben Gelände, die jetzt neu gebaut werden, also wo neue Wohnungen entstehen werden, aber auch die alten Wohnungsbestände der WBM, wo viele Bürgerinnen und Bürger schon sehr lange wohnen. Dort wird am Petriplatz auch ein archäologisches Besucherzentrum entstehen und das House of One. Und wir haben so ganz prominente Institutionen in der Nachbarschaft wie das Auswärtige Amt und schon ab Ende dieses Jahres auch das Humboldt Forum. Und auch von dort werden in Zukunft sehr viele Menschen hierher kommen. Und wir möchten es ermöglichen, dass sie diesen Ort entdecken. Daraus ergibt sich die Frage, was es braucht, damit diese verschiedenen Nutzergruppen hier zusammenkommen und sich kennenlernen. Wie können wir das fördern, dass hier die verschiedenen Menschen sich begegnen? Das ist die erste Frage, die wir Ihnen stellen wollen. Auf der Online-Plattform meinberlin.de in einer Umfrage oder auch in dem Beteiligungspaket, was wir Ihnen gerne postalisch nach Hause schicken. Sie finden dort dann eine Karte diesen Ortes vor und können in diese Karte Ihre Ideen eintragen, wo welche Aktivität möglich ist und wie man mit diesen Aktivitäten möglichst viele Menschen zusammenbringt. Wir sind gespannt auf Ihre Ideen. Viel Spaß! Wir sind gespannt auf Ihre Ideen. Viel Spaß!